So ihr Lieben, guten Morgen. Heute sind wir im Serena Club. Hier ist das Taxi. Das bringt immer die Leute zum Frühstück, weil die Häuschen sind alle hier im Hang reingebaut. Es ist ziemlich weit und das Buschen fährt alle Viertelstunde rauf und runter. Man kann sich bis zum Speisesaal bringen lassen, früh, mittags und abends, bis 12 Uhr fahren sie. Das ist super schön. Am besten ist, wenn man eine 4000er Nummer hat oder die ganz unten Häuschen. Das sind hier zwei Stück und hier drüben ist nochmal ein Haus. Das sind eigentlich die besten Häuschen, weil oben im Hang hat man eigentlich nichts verloren. Man muss aber trotzdem immer laufen. Das ist das 35er und ich habe eins drauf, das ist das 34er Haus. Und hier ist dann immer die Bushaltestelle. Da kann man sich hinsetzen und da wird man dann immer mitgenommen, wenn man zur Rezeption möchte. Und hier hilft, es facil Washington!